hat nichts da. Guten Tag der Uwe aus Thailand. Heute Shopping Tour. Unsere erste Anlaufstelle hat schon nichts da. Auf der Suche nach Kokosnuss. Der hier hatte normalerweise auch so ein Händler mit Kokosnüsse. Aber heute nichts. Wir hatten letzte Woche schon keine gefunden. Als wenn die Zeit da jetzt wohl aus ist oder was? Dass jetzt keine Kokosnüsse da sind. Das ist ja misslich. Und dann heute natürlich Makro ist klar. Tierhandlung. Tierhandlung. Zoohandlung. Wir brauchen natürlich wieder Vogelfutter. Wir brauchen Hundefutter. Hundefutter nicht. Nur vom Vogel. Hundefutter haben wir noch? Nein. Okay. Und dann eben nicht. Da machen wir nur Vogel. Das reicht ja auch schon mit Vogelfutter. Das reicht ja schon. Da ist der Kofferraum wieder voll. Ja, bitteschön. Wenn Uwe Kalasin zum Hundefutter hat, hat gehört. Uwe, meine Zuhause hat Kokosnüsse für you, dann you can. Der Uwe, der hat also 100.000 Millionen Kokospalmen. So und ja, da müssen wir hinfahren. Der hat doch bestimmt noch, oder? Ja. Aber der ist jetzt nicht da. Der ist jetzt nicht da. Wir hätten könnt ja klauen. Ja, richtig. Ich schick dich hoch da. Weiß wie so ein Link da hoch und dann kann selber da die Kokosnüsse abdrehen hier. Dann gestern Abend, man hat das Gerät nicht kommen dann. Weiß ich nicht. Wir gucken an Uuuh. Fog. Was ist Uuuh? Uuuh. Fog. Fog. Das musst du auch erklären. Das kennt auch keiner. Fog. Achtung mal dabei. Sehe, 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 sehe. Quer über die Straße. Quer von ganz rechts nach ganz links. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. So. Frosch. Ja, Frosch. Hatten wir schon im Kochstudio. Hatten wir schon. Aber die Uuuh hat nicht im Kochstudio. Ach, ich glaube nicht, dass ich den Unterschied schmecke zwischen Uuuh und Uuuh. Ich muss aber nicht zu leicht machen. Uuuh, guck, guck, guck. Was ist immer gut? Da kommen auch immer noch jetzt Kommentare über das Kochstudio mit den Fröschen. Da kommen auch manchmal sehr böse Kommentare. Muss ich sagen, wie man sowas denn essen kann hier. Und Tierquälerei da. Oder ach Gott, ist hier... Ja, es sind Frösche. Es sind... Die kann man in Thailand essen. Und es schmeckt überraschend gut sogar. Muss ich sagen. Ich war ja auch erst mal ein bisschen skeptisch hier über die Frösche. Aber das kann man gut essen, ne? Das schmeckt auch. Ist halt nicht viel dran, ne? An so einem Froschland da. Es ist so lieber bei... Ja, ist auch das, wo am meisten dran ist. An so einem Froschland da. Ja. Ja. Ja, das war heute Nacht mit die Frösche da. Ja klar, dann sind die aktiv, gerade wenn es regnet, ne? Da kommen die Frösche raus, dann kommen die Schlangen raus, ne? Und dann halt alles aktiv ist dann da. Ja, der ist dann da. Also Makro ist klar, Tierfutter ist klar, Kokosnuss ist klar. Mann. Ähm, was war mit Baumarkt heute? Ja, da. War noch was? Ich weiß nicht. Was fehlt? Ja, das nächste, was ich dann da noch machen werde selber, das ist dann, wenn das jetzt klappt mit dem Wasser, dass wir ja da noch mal eine Leitung ziehen für Trinkwasser. Aber das ist noch offen. Und das Video kommt ja erst am Sonntag. Das kommt ja erst am Sonntag raus, das wird bestimmt wieder länger. Und kann sich schon viel wieder ergeben haben in dieser Woche. Dann müssen wir sehen, aber das wäre noch das, was ich da noch einkaufen müsste. Noch ein paar Rohre wieder. Wasserhahn ist klar. Absperrhahn. Und dass wir da eine extra Leitung ziehen, ne? Zum Abnehmen von dem Wasser dann, ne? Da fahren wir heute auch noch hin, ne? Wohin? Das Testergebnis holen, oder? Ich muss um Anruf hin. Ja, ja, ja. Es ist eine neue Uhr geöffnet. Endlich mal kommt das Ergebnis. Ja. Gut, wo fahre ich jetzt zuerst hin? Markt. Markt ist denn schon auf Markt? Ja. Welcher Markt? Die, äh, wie passiert, ähm, Gunghe-Bahn? Wo fährt der denn der, ne? Staten. Ach, hier, äh, in der Stadt. Ja. Rechte Seite vom... Linker Seite. Rechte Seite. Äh, linker Seite. Gut, da hin. Ja, Wetter, ne? Wie gesagt, also heute Nacht hat's auch nicht geregnet. Und Temperatur ist runter. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch keine 30 Grad, ne? Will ich sagen. Und es soll wohl heute auch so bleiben von Wetter dann, ne? Bedeckt. Und keine Hitze. Wenn ihr diese Uhr seht, dann seid ihr richtig ins Sakuna Korn. Ich finde ein schöner Turm, aber die Uhr selber, die beißt mich immer. Ich weiß nicht. Also die passt irgendwie nicht in dieses Bauwerk rein. Die Uhr ist zu modern für dieses Bauwerk. Da hätten sie eine ganz andere Uhr nehmen müssen. Die Uhr beißt mich immer. Echt wahr. Ne? Ja. So ein schöner Turm da. Na ja gut. Aber das war ja nicht in meiner Planung. So, wir werden jetzt, äh, erst mal zum Markt. Und dann gehen wir heute mal mit mit der Kamera über Markt, gell? Es kam mir auch schon Beschwerden, Uwe, deine Videos sind zu kurz geworden. Mach mal wieder ein langes Video. So, das machen wir heute, gell? Ja. Ja. Wir werden heute mal probieren, als wir mal wieder so eine Stunde Video hier machen. Jetzt rauszaubern hier. Das muss doch machbar sein. Also gehen wir erst mal hier noch über den Markt, ne? Der ist weiter hoch auf der rechten Seite. Da waren wir auch schon lange nicht mehr drauf, ne? Auf dem Markt da. Mhm. Mhm. Was suchen wir da? Gemüse und Kokosloß? Ja. Ja. Gut. Ja. Und jetzt sind wir schon da. Jetzt sind wir schon da. Jetzt sind wir schon da. Sag meine Frau. Jetzt sind wir schon da. Aber wo Parkplatz? Möimi. Das ist immer das Problem hier. So, parken hier ist leider schwierig. Das ist alles nicht erlaubt, das haben wir ja schon gelernt beim U-Locker-Werkeherspiegel. Ich habe gesehen, da ist ein Auto. Ausfahrt geht nicht. Dann würde ich sagen, drehen wir um und parken da. Ja. Gute Idee. Das ist ja wieder Müslig hier. Park doch einfach hier, komm. Park doch hier. Zack. 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 Ja, bevor ich dann wieder hier stundenlang rangiere das. Okay. So. Wer hat gesagt, es gibt keine Kokosnuss mehr? Wer hat das gesagt? Da liegen sie doch alle schon. Gleich mal bestellen hier. Bitte brauchen wir? Ich brauche nicht überhaupt 30 Stück mit hier. Scheißegal, die dicken Dinger hier. Das ist der Grund. Hallo. Tschauk. Zamsip. 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 jetzt wieder 30 haben doppelte preis heidenei heidenei doppelte preis jetzt mal gucken ob wir noch was eben im markt finden sonst müssen wir echt bei dem kaufen weil wir haben keine andere möglichkeit mehr ist wohl wirklich außerhalb der saison die kommen von weiters weg die hier also er hat dann auch wenig dran verdient er sagt er hat sonst was verdient dann einen wir haben hier noch mit ein paar händchen mitten immer frisch wie da nicht alles ohne kühlung gehe ja mangos ist klar haben wir alles hier aber auch aber nicht bei uns wächst bei uns nicht reis geht hoch reis geht hoch hier 30 watt und wir kriegen nur zwei drei oder fünf watt gedruckt für so eine mango hier 30 ja oder muss sich hinsetzen hier auf dem markt selber dabei stunden nach was als standgebühr du hast alte sitzen ganzen tag und ich auch alles nichts denn auch hier hier sind sie ja was wir eben eben davon jetzt gesprochen haben siehst du vor alle kleine noch reiche ja kleine noch nicht die schöne fette dann da nicht aber jetzt ist die zeit ne grad wenn regen hat kommt es alle raus hier da steht dicken hier jawohl da lohnt es sich mal ein hier oder oder und lecker hallo hallo lecker die fahrts essen die sind gut schmeckt auch echt man glaubt es nicht aber wirklich wahr jetzt hat sie bei allen hier die frische dann natürlich ist das das sind aber da ist ja gar nichts dran an die an die beine guck mal ja die sind laut die sind die sind laut wirklich da ganz ganz laut die machen die machen konzert ja ja aber die muss ganz essen oder die muss ganz essen komplett mit mit kopf und alles packfleisch machen nee ja lasst es euch schmecken ja 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 rum schon da ist aber ein weiter weg was haben wir hier naja ich sag ja jetzt ist zeit die holen sie dann abends weißt du nachts aus der wiese dann ist wo sie dann halt rum tröten da rumtröten mit so einer stirnlampe auf dem kopf und dann laufen sie dann los das ist auch natürlich so wenn unsere hunde die dann sehen mit der stirnlampe auf dem kopf nachts die ticken auch aus weil das wollen wir auch nicht akzeptieren dass da irgendwelche dann schildkröte ja das ist wieder die malayische schnecken schildkröte sie ist hier an dem gelben strich da an dem roter zinger da sind an dem gelben strich und die haben wir hier an dem gelben strich bei uns auch viele malayische schnecken fressende schildkröte so heißt es da ist die lotterie zweimal im monat anfang vom monat und mitte vom monat ist dann die ziehung und die gesagt also eigentlich 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 kosten die eigentlich kosten die 80 bat eigentlich 80 aber es wird jeder verkaufte für normalerweise verboten aber die wollen ja auch was verdient ich soll jetzt suchen das entscheide gut ist sondern gibt es dann diese hier die kosten dann 80 man da gibt es aber auch dann sowas hier weißt du das ist dann das sind dann fünf gleiche sind das das ist dann und und dann was heißt jetzt 30 weil die die kaufen wir gar nicht ist das jetzt 30 sammler anwand samsi plan 3 so warst du dann jetzt okay okay warst du dann hier mit denen dann bald sagt immer die nummer sind dann gleich und wenn die dann kommt natürlich alles dann mit fünf mal und dann hast du dementsprechend mehr aber wir nehmen einfach nicht immer nur eins dann da weißt du so 100 watt und dann wäre dann was habe ich gesagt hier sechs millionen 6 million wäre wäre dann hier wenn ein los kaufst dann wenn alle zahlen dann hast du dann hast du dann die guck mal da diese seite aubergine thai aubergine kennen wir aus der küche die leben auch noch die schnecken hier die schnecken noch die schnecken noch rum die schnecken die schnecken noch die schnecken noch rum die schnecken ja noch ist noch ein leben drin da essen wir auch hier die stinkbohnen hier die kämpfe auch mit aus der küche man nicht neu bambus bambus brossen warum sind die jetzt eben im feuer warum sind die aus dem feuer ja aber dass sie dann hat alles schon jetzt offen auf dem grill gehabt und das ist schon fertig das macht porensohns auch aber das dauert ja lange müsste dann auch und auf dem grill waren dann das geht ja nicht so schnell und das liegt stundenlang drauf dann die kennt ihr auch von banane sind die blüten seien gut für die milchproduktion bei schwangeren und sollen sehr gesund sein sagen sie ich weiß es nicht ich bin nicht schwanger so kommelei das hängt man sich so ins auto rein oder was als glücksbringer sie ist auch immer wieder an den kreuzungen weißt wenn wir da stoppen dann kommt die ja mit dem mit den dingern dann und verkaufen die dann 20 watt oder watt einer riechen auch schön im auto um nicht zu sagen es stinkt irgendwas kommt vom schwein oder irgendwas kommt vom schwein irgendwas kommt vom schwein hallo hallo sehr bleibe sehr bleibe sehr bleibe naja wenn man wieder sagt auch jetzt noch ein bisschen die sache da die schade in den diesen bestimmten ganz ganz frisch ganz richtung aufpassen dass ich nicht rauspringen aus der kiste hier doch ok noch einmal hier schön sehr bleibe sagen sie alle hier auch so teuer 25 probieren anfangen probieren 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 mal wir kommen sie haben gar nicht wir haben wir haben gar nicht die diese filze die suchen sie gerade ganz aktuell im wald bei uns oben in die und da sie ist hier mal da so viele menschen hier auf der Ladefläche sitzen, weil es auf dem Pickup dann da und dann stoppen die am Waldrand und dann suchen sie genau diese Pils dann. Kilo. Kilo, 100 Watt sind Kilo, 2 Euro, 2 Euro und ruflich. Die kommen aber nicht von hier. Die kommen nicht von hier. Die sind von woanders. Ich stehe wieder im Weg. Die werden auch irgendwo angeliefert, ist ja klar. Das kommt aus dem Meer. Das haben sie hier nicht. Gung. Ding war. Meine Frau ist schon mal so schnell meine Frau. Wir sind da wieder los. Rambutan, 50 Watt. Fuchschmerzen, wo, wo? Das wird lecker sein. Warum schreit der so? Das sind die Hühnerköpfe. Der verkauft Hühnerköpfe am Spieß. Das war das gewesen. Das konnte ich gar nicht gucken. Hühnerköpfe am Spieß. Ich werde bekloppt. Hühnerköpfe am Spieß. Wer ist denn sowas? Hühnerköpfe am Spieß. Dicke Bambus. Dicke Bambusprossen hier. Dicke Bambusprossen hier. Ganz wenig dicke so. Ja. Bisschen dicke. Hat er wieder? Bisschen. Sie haben. Bisschen. sie haben sie richtig. Über die Hühnerköpfe. Bisschen. Begre. 0,8 bis 2. Das ist viel. Dicke Bisschen. Velle ist auch draußen, Sie kommen wieder einmal zum 6. Das der Bisschen. Ja, es ist natürlich jetzt gerade Saison mit Pilzen, das Wetter ist jetzt optimal, es ist feucht, es regnet viel, es ist warm und jetzt wachsen die Pilze wie verrückt. 20 Watt Tüte mit Tomaten. Ja, 20 Watt. Geht, oder? Geht. Viel ist es klar. Noch mehr Gung. Komm, gehen wir mal rein hier. Wenn wir schon hier sind, war lange nicht mehr hier auf dem Markt. Hallo. Die hatten wir auch schon mal. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie die Dinger heißen hier. Ich habe das letzte Mal schon gefragt, müsste noch mal gucken, ob ihr das wieder findet. Auf Thai? Pakadon. Pakadon. Flühlingslolle, das kann ich ja, das ist klar, so. Das kennt ihr auch, schmeckt auch lecker. Komm mal. Ich habe wieder vergessen, auf Deutsch. Heimlich. Sauerkraut. Sauerkraut, ja, Sauerkraut. Sauerkraut sieht ein bisschen anders aus hier. Sauerkraut. Braucht man Chilis? Mehr als genug. Ja klar, Thailand hier, Chilis, ist klar. Gar nicht so teuer. Dann ist der auch immer im Gericht drin. Sauerkraut. Ah, Waddi Kaa. Gut, der Rest ist alles jetzt Klamotten hinten raus, ne? Second Hand. Second Hand. Ja, ja, ja. Machen wir heute nicht, oder? Nein. Gut. Fleisch, wenn man braucht. Kapsule, oder? Ja. So, was ist das denn? Das ist ein Scheibenwischermotor. Das, das sehe ich schon. Das ist ein Scheibenwischermotor. So. Aber... Was mixt der denn da? Wischermotor, ja. Jetzt sind leh. Wo kommt der her? Aus welchem Fahrzeug? Ah ne, das ist nicht interessant, gell? Was ist das? Oh, warte mal. Was ist das? Das, das weißt du auch nicht. Putzen? Das weiß auch vor nicht, was das ist. Das ist jetzt wieder... Die Mautschbeck. Ah, hier Schweine, Schweinebauch, hier. Schweinebauch, gewöstet. Wird auch gerne gegessen. Wieder andere Pilze. Die Pilze hier hat schon verschiedene Arten. Aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus mit die Pilze. Ich kenne nur Champignons. Mehr habe ich nicht gelernt von meinem Vater. So Mitte. Was ist denn denn Händenburg? Oh, das war's nicht. Vorne am Einkaufen hier. Hände voll. Getrocknete Rinderhaut. Schmeckt auch gut, sagen sie. Seppleite Ö. Seppleite Ö. Guckst du, ja. Mit Eier drin. Mit Eier drin. Und das ist Männchen, jawohl. Ah, jetzt, ja. Jetzt kannst du dir da schön was raussuchen, gell? Born? Da. Da sind sie. Da sind sie noch lebend. Ah, es ist schön in Thailand, gell? Ah. Seppleite Ö. Seppleite Ö. Seppleite Ö. Seppleite Ö. Seppleite Ö. Gut, Auto holen und dann laden wir ein hier. Warten hier, oder? Ja. Ja. Warten wir da, ich hol Auto. Wie kannst du da hinten hinlatschen? Uhhh. So. Kokosknuss im Kofferraum. Wie viele haben wir jetzt? 15. 15 Stück. Ja, ein teuer geworden da hier, ne? Ja. So, jetzt ist der Hundeshop. Ja. Hundeshop, Hundeshop, warte mal. Komm gleich hier, ist gleich Krankenhaus. Ja. In Auto, da. Schwarz-grau. 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 Hier ist Krankenhaus. Da steht immer hier, der rote Ford steht immer hier. Da weißt du gleich jetzt Krankenhaus. Hey! Das mit den Fahrrädern ist auch verboten. Aber da sind die Tolerant. Das hier, weißt du, mit den Fahrrädern hier, zum zum Blockieren hier. Bitte vorne. Ja. Das ist verboten. Aber, sagt er, dann bin ich tolerant. So. Dann, gucken wir da mal. Hier. 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 Horn hat schon. Horn hat schon. Horn hat schon. Horn hat schon. Aber sie gibt Gott für. Ah. Hahahaha. Ein Nymphensittich. Hi. Ist nur noch einer da. Oh. Kein Vogel mehr hier. Hier. Der hat schon so viele Vögel jetzt hier gehabt. Hier. Hier hatten wir auch Aramie her. Hier war jetzt mein Zimmer vorgeplatzt hier. Ach ja dann. Ja dann. Ja dann. Das andere ist ja hier. Hundeshop hier. Was heißt Hundeshop? Ich sag immer Hundeshop. Vielleicht ja alles hier, weißt du, für Hund, Katze, Vogel, Fische hat ja alles ja dann da. Das ist nicht das Thema. Also alles hier für, für, für Tiere. Das kriegst du in Thailand, ne. Das ist gar kein Thema. Dass du da denkst, oh ich kriege hier nichts für mein Aquarium oder irgendwas, ne. Das hast du alles in Thailand, ne. Da brauchst du gar keine Sorgen haben. Aber das hier, ne, das ist nicht erlaubt. Machen sie aber, ja. Ein paar Stops nehmen sie dann diese Frechtheit da so raus und blockieren hier einfach mal die Parkplätze. Ja. Die gehören niemandem, ne. Das ist klar. Also das ist nur hier zum Hinstellen und Parkplatz halt blockieren, ne. Ja, sogar auch hier, weißt du, hier Hunde, Arznei hier, was für die Ohren, ne. Und dann hat er auch mit seinen Ohren immer wieder, wenn da was juckt oder so, ne. Musst du mal putzen. Solche Sachen musst du dann auch haben, ne. Aber das hast du alles hier. Also da brauchst du keine Sorgen haben in Thailand. Findest du alles, ne. Das ist nur noch. Einmal so, einmal so. Ach, wie viel? Nicht jeden Mal. Ach so. Das ist… Ganz schon. Das ist hier, was die Vögel so gerne fressen da, das ist hier was von Marihuana, Das mögen sie ganz gerne. Aloe. Das mögen sie gerne. Sollt ihr sie mitnehmen, hat sie gesagt. Bitte? Haben die Flügel abgeschnitten? Ah! Flügel geschnitten. Ich dachte, sie nimmt den Vogel raus. Nachher ist er weg. Die haben die Flügel gestutzt. Der kann gar nicht mehr fliegen. Das kenne ich wohl von Hühnern. Das haben wir früher bei den Hühner gemacht. Damit sie nicht über den Zaun fliegen können. Aber mit Vögeln würde ich auch nicht machen. So, wir haben hier. Sonnenblumenkerne. Irgendwas anderes noch hier. Was du halt alles so brauchst. Gut. Weiter. Bye. Ciao, ciao. Jetzt nach Makro. So. Makro. Makro. Sehr gut. Was brauchen wir denn da? Was hat er gesagt hier mit Wasser? Hat er schon was geantwortet? Nein. Wollen wir abholen können? Dann würde ich mal anrufen, mein Schatz. So, das heißt, wir fahren erst zum Makro. Der Wassermann ist noch nicht fettig. Was heißt fettig? Wohl schon, aber ist noch nicht da zum... Was haben wir hier unten billiger? Mitnehmen? Ja, keine. Mitnehmen? Gleich bremsen hier. Ja. Zup, zup, zup. Ha, 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 ha. Typisch Thailand, gell? An der Hauptstraße, Bremse rein. Zack, stopp. Wird hier verkauft. Egal, was von Ladefläche runter. Und gut ist. Zulai. Nüngloi Bad. Nüngloi Bad. Eine Tüte. Wie viele Kilo sind das? Viele. Lollolloi. Ne, das wäre zu teuer. Das wäre zu teuer. 100 Watt. Wie viele Kilo sind das? Ich weiß nicht. Lass mich mal eben checken hier. Ich will checken hier. Oh, das sind 5 Kilo. 5 Kilo. 5 Kilo. Er sagt 12 Kilo. Oh, das stimmt. Ich sag 5 Kilo. Irgendwas dazwischen. 100 Watt mitnehmen. Egal, passt schon. So, also. Makro. Jetzt hat er gerade angerufen und hat gesagt, nein, heute nicht abholen. Noch nicht fertig. Nein. Nein. Ich kann lange checken hier. Ja. Mein Gott, wie lange braucht er denn dafür? Schönen Sie mal? Er hat gesagt, Ende Mai, Anfang Juni ist fertig. Das ist ja jetzt schon ... Was haben wir heute? 12. oder 13. oder? 13. Mein Gott. Das ist aber echt lange, lange Test. Mein lieber Schönen. Qualität. Qualität für Fahrern. Keine Ahnung. Ja, schade. Okay. Wollte ich heute noch sagen, was ist mit dem Test. Aber naja, gut dann ... Können wir es heute nicht machen. Schade. Dann gehen wir rein im Makro. Viel oder wenig? Wenig. Wenig. Gott sei Dank. Ich habe Schöne. Gott sei Dank. Du hast Schöne. Gut. Dann los. Was durche denn wieder? Was durche denn wieder? Ich würde den nehmen hier. Ich würde den nehmen hier. Wie viel Liter? Weißer Liter. Boah. 45 Liter. 45. 45. 45. 45, ja. Ist derselbe. Ist nicht größer. Ist nicht größer. Nein. Hier. 46. 46. Und der hat? 45. Obwohl der viel, viel größer aussieht, ne? Ja. Das ist aber teuer. Das ist aber teuer. Ne? Das ist aber teuer so ein Tropf hier du. Wofür brauchst du den? Das ist die richtige Antwort. Haben. Das sage ich auch immer. Haben. Und dann macht es wieder? Soja. Fun. Soja. Alle. Hühnersuppe. Hühnersuppe. Gulaschsuppe. Gulasch. Gulaschsuppe. Gulaschkanone machen hier. Geil. Jawohl. Ich sag dir. Weiß nicht. Aber echt teuer. Du hättest gar nicht gedacht, dass die so teuer sind. Ne? So. So. Der normale Wocheneinkauf. Was heißt Woche? Ja. Alle. Woche oder 10 Tage, ne? Gehen wir ja. 7100 heute. Fleisch. Natürlich viel jetzt für die Hunde. Fleisch heute. Sehr gutes Angebot. Nicht Angebot. Nicht Angebot. Standardpreis. Jetzt geht runter. Schweinefilet. 132. 132. Oh. Entschuldigung. 135. Das muss ja korrekt sein. Die 3. Das muss stimmen. 135. Ein Kilo Schweinefilet. Ich sag das deswegen, weil wir waren schon bei 220. Waren wir schon. Nichts drin heute. Ganz normal. Eigentlich nur. Nichts. Knipp. 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 7000 Watt, ne? So. Einladen bitte. Wir haben noch Platz. Born. Wir können noch einkaufen. Ja. Gehen wir Robinson. Ja. Brot kaufen. Genau. Brot verkaufen nur. Machen wir noch. Programmänderung. Wir fahren erst Essen. Es ist 12 Uhr und wenn meine Frau hungrig ist, dann kann sie nicht mehr lustig sein. Mit anderen Worten, dann wird sie böse. Das müsst ihr wissen. Also wenn ihr eine Teilfrau habt und wenn die dann hungrig ist, dann ist sie nicht mehr ihr selbst. Das geht nicht. Also du musst immer gucken, dass die Frau satt ist und dann ist sie glücklich. Stimmt's? Stimmt. Stimmt. Ich weiß das. Ich kenn mich aus. So. Also. Wir müssen erst Essen fahren. Und dann fahren wir Makro. Wir fahren aber auch hier. Können wir eigentlich zuerst fahren, oder? Den mit Ventilator holen? Ja. 200. Machen wir das mit dem Ventilator, weil wir haben noch ein Ventilator zur Reparatur. Ja. Was kostet das Ding? 100 Baht oder was? Ja. 100 Baht reparieren. Der war kaputt. Der sprang gar nicht mehr an. Und dann kommen wir, bevor ich da meine Zeit verschwende hier. gibt es hier Reparatur. Die wollen auch leben. Und dann kann man so ein Teil da mal hinbringen. Oh, ich sehe die. Wenn was kaputt ist, dann machen die das neu. Das ist so ein kleiner Shop hier, weißt du. Der macht nur das Ventilator. Der macht nur Reparieren. Und gut ist es. Dies ist schon. Dann kann ich am besten gleich hier stehen. Bleib runter. Ja. Bleib runter. Wir müssen gleich stehen hier. Und schon wieder falsch. Wir gehen erst was essen. Straßenküche. Unser Stamm-Restaurant, wenn wir was essen wollen hier. Schwind in Suppe. Marco hier hochfahren. Und dann bist du schon gleich da. Mensch, Schönes Kinder. Du gerade eben mal schiffen, du. Und schon ist die Suppe da. Schöner Löffel. Das ist ein Schnell-Restaurant. Nicht so wie bei McDuff oder was. Da musst du anstehen und da warten. Hier, Scheiße. Hier, zack, du. Sofort ist Suppe da. Moderne Löffel. Ich habe auch so einen. Schön, du. Echt lecker. Und gesund. Warum nicht das jeden Tag isst du? Du wirst 100 Jahre alt. So. Lassen und Speisen. Unterschied zwischen jetzt Farang. Von Thaifrau ist. Thaifrau hat halt ordentlich Salat dabei. Hier, Chili, Fischsoße. Eine Portion extra. Hier, Hähnchenknochen dabei. Geil. Tollai. 40 Watt. Kost. Schön, ne? Und? Lecker. Lecker. Wie viele Punkte? Neun Punkte. Uh, neun Punkte. Oh. So. 100 Watt. Ja. Mit alles. Und jetzt endlich den Ventilator. Wieder falsche Reihenfolge hier. Heilandsack hier. Ventilator Shop. Wenn einer da ist. Hallo. Ei, ei, ei. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Wir holen. 1.50 Euro. Tag. 0.50 Euro. 0.50 Euro. Wir bezahlen. Wir bezahlen? Ach nee. Ja. Alten Ventilator mit Hightech bezahlen. Ich werde bekloppt. Es wird besser. Oh, der braucht aber lange. Oh, der braucht aber lange zum Lesen. Ja, der Ding ist wahrscheinlich auch ganz kaputt hier. So. Nüngloi Bad. Bezahlen. Bestätigen. Hey. Schön. Geil, oder? Was ist er denn? Das funktioniert hier in Thailand. Für, 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 diese Tage. Ob das für Hund ist, oder was? Wieso denn? Wenn der jetzt leiser ist, als dem, wo ich hab, in mein Schlafzimmer, dann nehme ich lieber den hier. Bezahl ich dir ehrlich. Ja, dafür. Weil wir haben jetzt einen drin, eben im Schlafzimmer, der hat's viel geklaut. Neu. Neu. Aber halt so ein gut neun Nehmending dann da, weißt du. Wenn der jetzt leiser ist, dann nehmen wir lieber den, ne? Die Hunde bekommen den, der Hundlaut. Ich hab ja 1000 Zecken her, ne? Ne. Ne. Alle 50 bar. Von, äh, von, 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 diese. Wann? Diese? Wann? Wie lange ist das her? Schon ein Jahr. Ja gut, da gibt's keine Garantie mehr drauf. Ne, einen Monat Garantie. Bei. Einpacken bitte. Da sind wir schon, die nächste Station. Robinson heißt der. Hurensohn. Das ist doch der andere Sack. Der heißt aber hier Robinson. Also. Na, also. Jetzt sind leid. Bitte on the world Robinson. Oder Hurensohn. Ha, 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 ha. Telak. Das Video wird wieder zensiert. Mit deinen Kraftausdrücken hier. Pfui. Ha. Ja. Und das aus deinem lieblichen Munde. Ich bin schockiert. Robinson. Na, also. Robinson. Und gut, dass wir jetzt erst super essen waren. Wenn wir hier nämlich beim Robinson drin sind, dann wären wir gleich wieder bei KFC rein. Kekse. Ladung. Ach so, mit einem Ventilator. Richtig. Ich muss sie gleich noch ein bisschen anders hinlegen hier. Ladungssicherung. Hinten ging's nicht mehr rein. Und hier hinterm Sitz dann ging nämlich vorn rum mit dem Ding da und hat's dann da hinten auf den Sitz legen wollen. Da liegen aber schon die Eier. Die Eier. Die Eier. Die Eier. 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 Sorge mal. Hast du so ein Ding gehabt oder was? Ich bin schon geäht. Vielen Dank gestern für... Was ist er da? Ha, 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 ha. Ist der immer noch drin? Nein. Der Samos. Oh, lecker. Den Samos haben wir auch. Eine Flasche leer. War der auch vom Olli, ne? Genau, der war vom Olli, ne? Den haben wir jetzt auf. Olli und äh... Vom Olli. Olli, ja. Ja, wir hatten noch eine Flasche Samos. Und der ist jetzt leer. Vorne dem schwarzen auch so. Vorne dem schwarzen. Marzen. Hier. Ja. Geh da mein Schatz. Geh da mein Schatz. Ich stoße zurück. Ja. Ich stoße zurück. Ja. Da hatte meine Frau gestern die Idee, komm her. Wir schlubbern mal hier schön den Samos weg hier. Zur Feier des Tages. Bis. Auf die Foliere. Und dann hat sie dann einfach hier abends zur Feier des Tages dann hier, komm her, die Flasche Samos geköpft dann da. Und dann hat sie da eine halbe Flasche dringend gehabt. Und lieber Hacke dicht. Lieber Hacke dicht. Und eine halbe Flasche Samos. Weil die trinkt ja nichts. Ja, dann habe ich den Rest noch weggeschlubbert und dann war die Flasche leer. Ja. Die Frau legt sich hin um halb acht auf dem Sofa und ratzt. Ja gut, so ist es halt. Aber lecker war er schon, muss ich sagen. Ich bin ja kein Weintrinker, aber so einen süßen jetzt Likör-Wein da, das schlubbere ich auch weg dann da. Also. Vielen Dank. Frau Kuntang. Vielen Dank. War lecker. Bei Leu. Robinson. So. Wir haben in letzter Zeit immer Glück, muss ich sagen, oder? Ja. Auch immer. Brot. Mitnehmen. 100. Was kostet der jetzt? 139. Gut. Die Zettel in der Karte. Wir haben Platz noch in der Truhe. Wir haben viel Fleisch heute. Oh. Geht? Ja. 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 Ähm. Wie wärs damit nach Tisch heute? Ich hab da wieder Wasser in meinem Mund. Oh. Die sind aber auch teuer. Ne, guck mal. Die sind auch teuer. Aber lecker sind sie. Lecker sind sie. Ich sag dir ehrlich. Gibt es ein Angebot heute? Oh, Donuts. Das könnte Ananas sein, irgendwas drin. Steht aber nichts dran. Ich lade nochmal Nachtisch ein, gell? Möchtest du auch ein Stück? Nein. Du möchtest keinen? Dann nehme ich einen. Oh ja, sagt sie. Ja, ja, ja. Was habe ich? Oder für morgen. Ich glaube nicht, dass das für morgen ist, mein Schatz. Ich habe schon wieder... Guck mal. Ja. Guck mal. Guck mal. Ein Tag geht doch. Ein Tag geht doch. Bei mir ist jeden Tag ein Tag. Guck mal. Also dieses Brot, muss ich echt sagen, das schmeckt wirklich gut. Wir hatten ja sonst dieses große, wo sie dann vier Stücke rausgeschnitten hat. Aus diesem großen. Aber dieses hier schmeckt mir sogar noch besser. Es hat Körner drin auch so. Ein bisschen mit... Ja... Hat was zum Kauen auch jetzt dabei da. Und doch, das gefällt mir gut. Schmeckt! Schmeckt! Schmeckt, ne? Was ist das? Ja. Es ist lecker. Es ist nicht so lecker, nicht ganz schnell. Ja, ja, ja. Diese ist normalerweise lecker, die ist nicht mehr lecker. Der hat viele Früchte drin. Ja, aber dann... Am Anfang lecker ist es nicht so hart. Ja, das kannst du auch nicht essen bei Gewurst oder so. Weil da so viel Früchte drin hat, ne? Das ist gerade recht für Honig oder für Marmelade. Aber nicht für Wurst oder Käse dann, ne? Das heißt... Ja, siehst du hier mit... Früchte. Und sie sagt auch dasselbe. Also jetzt ist der Renner, ist sie das Brot jetzt dann, ne? Also dieses große wird gar nicht mehr so gut verkauft. Jetzt wollen sie alle, die das Brot haben, ne? Kann ich zustimmen, ja? Siehst du diese Tops-Deckerei? Gibt's auch im Internet, ne? Ich glaub schon, wir haben Internet auch hier, ne? So ein Gau-Song. Uh, da ist ein Klopper, du hier. 200 Watt, 5 Euro ungefähr für Bike One Get One. Boah, Blaubeeren, ne? Das sind Preise drin. Das möchte ich auch nicht kaufen. Big Shit. Big Shit. Na ja. Guten Tag. Na ja, ne? Guten hab ich auch noch da, ne? Ach, kein Armon. Hallo? Ist nicht schlecht, ne? Kann man schön mal schlubbern so. 32 Watt. Euro, ne? Ja. Und du nix mein Schatz. Na ja, ich hab Baus nicht. Ach, das tut mir aber leid. Ich hab, ich hab Pein-Hand-Gran-Hoop zu. Für Pfau. Gott weg. Schön mein Schatz. Ja. Schön. Für Pfau, nicht für Mann. Vielleicht fühl ich mich ja heute als Frau. Ich könnte ja mal eben mal Wechsel machen. Ja? Ja, ja, ja. Wenn ich mal Kopf kaputt hab oder so. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Boah, pack das von hinten. Nicht nach vorne hin. Mach schon mal in den Fußraum hin. Da kannst du doch nicht mehr sitzen da. Mach hinten rein, ja. Da geht ja noch was rein. Ja, siehste wohl, ein Auto ist es doch. Schön. So, jetzt muss ich einmal jetzt hier die Straße überqueren und dann ein Guthörn machen, dass wir hier auch wieder zurückkommen zum Pocozormarkt. Wow. Das ist der alte Busbahnhof. Auf dem Markt müssen wir auch noch hin. Auch noch wieder Tierfutter kaufen. Mais. Und? Nein. Und was soll es noch da haben an Tierfutter für die Vögel? Äh, Mandarinen, wenn sie wieder haben, oder? Ich will kaufen Kürbis, weil die anderen essen Kürbis mit mir. Der Adolf ist mit dir Kürbis? Ja. Und ich nicht? Nee. Ganz im Haus nur, weil man nicht essen Kürbis. Ach was. Ja. Oder essen Kürbis oder so. Aber ich esse auch hier süße Stückchen. Ja richtig, gell? Das ist der Adolf auch. Ja, 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 ja. Was ist der Adolf eigentlich nicht? Du, hm? Wenig, ne? Was Adolf ist, will ich den Fressack, du ehrlich. Kannst alles hinstellen, was... Egal, der schlubbert, das ist weg. Es gibt wenig, was er eigentlich nicht is, ne? Muss man echt mal überlegen. Also da ist Kira wirklich leckiger, ne? Ja, Fisch. Fisch gar nicht, den sagte ich ja schon, ne? In dem Video. Vom, vom Anfang die Erdäufe, äh, Kürbis, ne? Vom Papa Pfannen, dann er go steal die Kürbis. Hat er den geklaut? Hat er den Kürbis geklaut, du? Ehrlich. Hat er den Kürbis dann selber rausgezogen und dann zerfetzt. Und ja, oh lecker, geil, ne? Er isst doch gerne Erdbeeren, deswegen haben wir keine Erdbeeren mehr. Ja. Weil Adolf die auch alle aufgefressen hat. Kimbeeren oder so. Ne? Brombeeren auch. Oh, Brombeeren. Wenn ich mal welche hab, wenn da mal welche, wenn, mal welche dranhängt, dann muss ich mit Adolf kämpfen, dass ich da meine Brombeeren krieg, du. Ehrlich, du. Nicht warten. Es ist ein Fressack, ehrlich, du. Das ist nicht meine Maul, ne? Warte, alles wegschlobe, du. Naja, aber ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Boah, dann könnte Regen geben, wa? Ja, schön. Sieht so aus, wenn sich da was zusammenbraut hier. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ja. Ganz bisschen. Die Stadt hat nichts. Sag mir, dann kommt sich was zusammen. Ich hab gesagt, ich wohne hier. Ja, 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 ja. Hier scheint die Sonne, wie kann das? Äh, nicht kommen. Ach, das kann doch nicht. Nicht kommen. Oh! Ah! Ah! Maju, ne? Welch Freuden jauchzend. Ma, ma, ma. Ja, ja, ich warte schon. Ja, ja, ja. Wohin? Warte mal, der fällt bestimmt weg hier. Ja, ja, ich warte. Ja, nein, der fällt bestimmt weg. Ich bin ein netter Mensch, ich warte hier. Ich hab Kühltür. Ich hab Kühltür auch. Ach, zwei Stefan weg. Ach, zwei Stefan weg. Aber ich warte jetzt nur für einen, nicht für zwei. Das ist mir viel zu lang. Das macht irgendwann das Video kaputt, wenn ich jetzt hier rumstehe und warte hier. Das geht ja nicht. Jetzt haben wir es ab jetzt hier. Ja, so. Jetzt ist aber Schluss jetzt hier. Ja, dann kommst du nicht raus, oder? Ja, 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 ja. Und der drückt weiter rein hier. Wie bitte? Nur diese? Nur diese? Der letzte? Der letzte? Da werden unsere Vögel aber nicht glücklich sein hier. Ja, genau. Wir fahren nochmal los jetzt hier zur Farm und holen nochmal die neue hier. Also komm aber hier. Leo, Leo. Wann gut? Wann gut? Wann gut? Wann gut? Wann gut? Wann gut? Versuchen kann man es gell? Wann versuchen kann man es mal? Nur einen? Oh Gott. Lad ein. Das so wäre für einen Tag noch nicht mal, oder? nov. Einfach. Wann ist aber nicht weit, aber aus. da kommt noch einer der könnte haben ist halt natürlich auch so ein markt dass du da nicht immer alles bekommst das ist ja einfach so und da musste halt dann das nehmen was dann da ist ist natürlich ein bisschen schlecht ok ok mit wo kann ich nicht einmal wieder runterfahren die seite gucken ob wir haben hier dahinten 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 wo kommt schon du her kommst du her bist du bist ein schäferhund oder was ja das ist eine kleine hier kann man ja du und die du und die du und seiner mann zwischen sein kubi man 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 ja das ist der adult der starte von die el-o-tekira obным man kubi man kubi man die Es ist kein Mann, aber es ist kein Mann. Und Nix? Okay. Kein Mann. Kein Mann. Ich bin Nix. Heute, Mami. Letzte Tüte Mais gekauft. Obwohl wir jetzt eigentlich früh waren. Um 14 Uhr. Das ist jetzt nicht spät. Normalerweise kommen wir zu spät. Ja. Normalerweise kommen wir um 16 Uhr oder so. Nein. 14 Uhr. Ja, jetzt ist 14 Uhr. Jetzt ist 2 Uhr. Sonst sind wir hier um 4 Uhr. Ja. Also 16 Uhr. Jetzt ist 14 Uhr. 14 Uhr ist 2 Uhr. Ja, so weit war. Richtig? Normalerweise kommt sie um 14 Uhr. Normalerweise kommt sie. Wir sind um 16 Uhr normalerweise da. Jetzt ist sie ja immer so früh da und alle Mais schon weg. Ja, das ist natürlich blöd. Aber auf dem anderen Markt, wo wir heute Morgen waren, da ist kein Mais gewesen. Auch nicht. Und ... Jetzt sagt Porn, sie weiß jetzt aber auch echt nicht, wo wir hier jetzt noch Mais finden können. Macht aber auch nichts, weil wir haben noch genug anderes Futter da, was die dann auch gerne fressen. Banana, wie halt zu Hause. Und die werden jetzt also nicht verhungern oder was, ne? Und sie mögen es halt wirklich gerne, muss ich sagen. Also jetzt Mais, da sind die ganz scharf drauf. Muss ja aber auch nicht unbedingt, dass sie dann nur Mais fressen dann. Ja. Ja, gut. Also, der da hinten, der hat ja nur Kokosnüsse. Können wir auch nicht machen. Makro? Ja, ich sag ja, okay. Muss nicht unbedingt sein, ne? Makro ist es auch hier. Ja, muss ich auch noch, wenn wir zahlen können. Makro kostet ein, ein Kolben, wie hier jetzt, ähm, eine ganze Tüte. So. Deswegen ist das ein Wischchen. Sehr arg teuer dann. Tilak. Ich wohne hier. Ja, ja, ja. Wussten Sie das schon? Ja, ja, ja. Ich weiß, wo wir noch einen Markt haben. Ja. Ich weiß, wo wir noch einen ganz großen Markt haben. Und dort werden wir noch Mais für die Vögelchen finden. Ich lass doch meine Vögelchen doch nicht verhungern hier. Was denkst du? Ja, ja. Ja, also komm, ey. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. 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 Das ist auch immer voll, ne? Die ist immer voll laut. Hier war auch noch Platz. Hier wieder. Ah, wir nehmen den hier. Der ist schön, oder? Ja. Ist der schön? Boah. Jetzt lade ich mir da nochmal über den Markt und kaufe nochmal 20 Kilo Mais. Ui. Ui. Was jetzt wieder? Die Form, die... Ui. Das haben Leute gesehen, wie... Ui. Tausend Kilo. Ja. Ui. So. Was haben wir heute hier? Luftballons. Aber schön, du. Aber schön. Hier wird was geboten. Hier, du. Der ganz große Markt. Also hier gibt's alles. Hier gibt's auch Mais. Hier gibt's auch Kokosnuss. Hier gibt's alles, was du willst. Fisch und Fleisch. Und, ach Gott. Pilze hatten wir hier. Und Käfer. Och. Das ganze. Was man essen muss, oder eben doch nicht braucht. Verstehst du? Die Wurst. Bisschen Musik hier. Ein paar Nüschen hier. So. Jetzt lebt Mais. Ich lasse mal meinen Schweif blicken. Meinen Blick schweifen. Rein ins Getümmel. Das ist ein riesen Markt hier, gell? Der fängt um 14 Uhr an, ne? Ja. Um 2 Uhr fängt der an, oder? 3 Uhr weiter schon. Ja. Und wir sind noch ziemlich früh dran hier. Guck, wie wir am Aufbauen. Durian haben wir auch hier. Durian viele. Das sind wieder andere Fehlste. Guck mal. Von heute Morgen. Das sind wieder andere. Ja. 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 Boah. Das macht mir nicht so weiter. Ich hab keine Ahnung von. Und ich würde auch nicht, ich würde auch im Wald nicht, nicht suchen. Ja. Erstmal, weil ich davon keine Ahnung hab. Und zweitmal, weil wirklich jedes Jahr verschwinden in den Wald Leute und werden nicht mehr wiedergefunden. Wirklich wahr. Das sind auch Filze. Das ist aber neu. Nicht neu. Aber ganz kleine. Neu. Neu. Yucalitat. Neu. Yucalitat. Neu. 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 Sepp-la-Boe. Eier. Banane. Salate. Wenn hier kein Mais isst du, dann weiß ich aber auch nicht. Kokosnuss haben wir. Das ist ein Dissip-Bas. Er hätte hier kaufen sollen. Der Wettemann sagt, wenn, dann da draußen. Da hat es Mais. Hier drin sagt er nicht. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Noch mal 20 Stück. Schön. Einer gibt es zum Probieren. Hau rein den Scheiß. Es ist leckerer als heute Morgen. Schön. Heute Morgen war sie ein bisschen sauer. Die ist jetzt richtig schön lecker süß. Einer. Und noch billiger. Und noch billiger. Scheiße. Umtaschen, umtaschen. Das hat sie noch aufgekratzt hier. Ja. Zum unterwegs essen. Aber wir werden wohl jetzt nur draußen finden. Er kommt gleich. Wir müssen den dann holen, weil die sind schwer. Die sind schwer. Die kannst du nicht tragen. Bis dahinten den Hasch. Gleich kreuz kaputt hier. Er kommt mit dem Wagen, sagt er. Hey, erkennt ihr die noch? Das sind die Eier mit den angebrüteten Küken drin. Porns Lieblingsgericht. Das sind wirklich Eier. Und dann sind da schon Küken drin. Und dann kann man die auch schon da essen. Mit Haut und Haar. Ja. Porn, Hunger? Ah, hat Kokosnuss heute. Ist natürlich Geschmackssache, gell? Sepp Laboe. Sehr lecker. Sehr lecker, sagen sie. Ja. Oh, das war schön. Schöne dicke, du. Schöne dicke. Schöne dicke. Schöne dicke Osche. Gut? Hallo. Schon schon tot. Nicht tot. Sicher? Ah, die hat nur geschläfen. Hei, oh, die hat nur geschläfen. Pilze. Ich hab gedacht, der wäre schon tot. Nee, der hat nur geschläfen. Mmh. Pilze. Sag dir, Pilze isst jetzt, ne? Die Saison. Pilze alle. Musst du jetzt kommen und hier in Thailand Pilze essen. Mmh. Sepp Laboe. Da lang. Da lang. Ach. Ach Gott, hier. Nee, danke. Dermaßen sauer. Nein. Ach gut, kacken kann ich immer. Mealoi. Hier, Hühner mit Füße. Mh. Mmh. Sepp Laboe. Hahaha. 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 Aber leider kein Mais. Ach, herrje. Ach, herrje. Das kann doch nicht mein Ernst sein hier. Echt, ey, du. Wir machen noch Geräusche hier. Ja, die Fresche, gell? Von heute Morgen noch. Ja, aber sonst. Ich bin echt überrascht. Dem Riesenmarkt kein einziger Mais-Golden-Gleich. Das habe ich gerade aufnehmen wollen. Jetzt gehe ich weg. Jetzt macht ihr wieder Geräusche. Ihr seid die Helden hier. Ach, das sind die hier. Das sind die Kleinen hier. Die machen so Geräusche hier. Okay. Schauspieler. Haben wir noch Platz? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schauspieler. Da. Aha. Aha. Haben wir noch Platz? Ja, jetzt wird es ein bisschen eng, aber... Ach, das schafft die Porn schon. Hier, truff alles, truff hier. Jawoll. Truff mit den Zentnern hier. Die sind schwer, ne? Ja, wie Tomatoren. Hier war 20 Watt eine. Und? Und leckerer. Alle. 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 Alle will schon. Jawoll. Haben hoch hier. Jawoll. Ja, guck mal. Alle will schon. Jawoll. Haben hoch hier. Jawoll. Wahnsinn. Ganz zu Ende. Die Ohren. Gebläse alle. Da wird zu laut wieder. So. Der muss auch raus hier. Die Musik hier. Muss auf so viel achten bei YouTube hier. So. Habt ihr jetzt gesehen, der hat Bier mit Strohhalm aus dem versteckt Becher getrunken. Warum hat er das gemacht? Wieso? Wieso? Wieso hat er das jetzt gemacht? Er muss denken dann, wenn die Polizei hat gesehen, wieviel Uhr. Hallo, wieviel Uhr. Das wollte ich jetzt gerade meine Abonnenten fragen, ob die das wissen. Also, Porn hat recht. Es geht darum, dass in Thailand offiziell zwischen 14 und 17 Uhr kein Alkohol verkauft werden darf. Und dementsprechend auch in der Öffentlichkeit darfst du dann nicht saufen. Mhm. Richtig? So ist das. Deswegen Bier aus dem Strohhalm in einem Schutzbecher. Hahaha. Wie in den USA. Alles nur die Flaschen Whisky in Papiertüte trinken. Hallo. Im Partei. In einem Gartkaffee, oder? Ja. Ja. Ja, natürlich. Es ist ja... Es ist natürlich alles... Viel Show jetzt dabei. Ist klar. Also, solche Gesetze da... Also, ich halte mich ja da strikt dran. Ist ja ganz klar. Auch zu Hause. Also, trinke sowieso nicht. Also, vor 17 Uhr. Das hat ja auch seine Gründe. Ich bin ja gesetzestreu. Ja. Ja. Aber wirklich. Also, wenn du jetzt um diese Zeit los gehst. Es ist jetzt 14 Uhr 40. Du bekommst offiziell in keinem Laden Alkohol. Im Supermarkt nicht. Im Makro nicht. Tankstelle nicht. Nee. Nein. Nein. Alles nicht. Ist verboten. Nee, nee. Wenn du aber jetzt zu so einem kleinen Laden gehst, um die Ecke irgendwie wagen, ne, da gibt's unter dem Ladentisch... Ich seh das. Unter dem Ladentisch natürlich dann auch alles dann drin. Aber es sind solche Gesetze, was auch mal daran gedacht worden ist, das Gesetz abzuschaffen. Was ist daraus geworden? Eingeschlafen. Jetzt, man hört davon nichts mehr da und langsam wieder eingeschlafen, das Ganze da. Aber, Bier mit Strohhalm wäre ich, ey, geil. Na ja, gut. Also, ich habe trotz meiner Ortskenntnis einen großen, tollen Markt gefunden. Wodimai. Den wir natürlich auch schon kennen. Gibt's auch schon Videos von. Aber, kein Mais, sag mal, ist das hier in Thailand nicht so ein Grundnahrungsmittel? Mais, Reis ist klar. Das sagt jeder. Aber Mais ist das nicht jeder, ist das nicht für jedermann? Nee. 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 Ist also nur mal was Besonderes, sagst du mal, so in den Maiskolben im Kochtopf schmeißt? Ja, für Kugtokmai, für Kuchen. Popcorn. Popcorn. Die Oma hat gesehen, die Oma kommt nicht mehr. Ja, ja, ja. Dann muss sie auch den Preis hoch machen. Und das will sie aber nicht. Nee. So wie denn nicht. Tja, na gut, dann hat's halt kein Geschäft. Wir haben auf jeden Fall Kokosnuss genug. Und das Gerücht wirklich, du, das brauchst du nur eben ab kurzem andeuten. Und jeder weiß sofort, hier, jawoll, ham hoch, ne? Ha, 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 ha. Ein Fleisch wird ja auch drauf da, ne? Ehrlich, da. Jungs, das stimmt aber nicht. Stimmt aber nicht. Ja, kein Mais ist doch unglaublich. Ja, dabei. Nein. Das heißt, so, Heimweg, das heißt aber noch lange nicht, dass wir fertig sind. Porn hat eben noch einen Anruf bekommen von der Post. Echt. Da ist ein Paket gekommen. Und das hat sie gesagt, muss sie unbedingt noch zeigen, was da drin ist. Ist nicht aus Deutschland, ist aus Thailand, gell? Ist, hat sie, äh, bestellt. Ist nichts da für mich, ist für sie selber. Und das kommt noch am Schluss von dem Video. Ja, so Shopping-Tour machen wir, boah, alle 10 Tage, 14 Tage, so, ne? Ja. Ungefähr. Und bei uns ist es ja nicht so wichtig. Weil wir, wir haben ja immer noch was zu Hause dann da. Weißt du, wir können ja immer noch was essen. Irgendwas ist immer da. Aber wenn der Hund Hunger hat. Und ein Vogel. Okay, Vogel macht nur Schreierei. Aber wenn der Hund Hunger hat und der kriegt nichts zu fressen, dann sollte man also schleunigst in die Stadt fahren. Die heute, ähm, die Vogel, ne? Vom Hund hat da. Vom Hund haben wir jetzt drin. Ja. Das reicht erstmal wieder. Äh, also wenn die drei da mal nichts zu fressen kriegen, dann, ja, merkt man das auch, ne? So. Geht also nicht. Die haben Priorität. Ist klar, wenn die, äh, nichts zu fressen haben. Ist ganz wichtig. Vögel, ja, da gibt's auch natürlich viele Alternativen, was man denen da zum Fressen anbieten kann. Äh, die werden jetzt nicht hungern. Und, naja, die machen ja auch nicht so groß Ärger dann, ne? Aber so laut, ne? Ja, aber laut werden sie dann, ja. 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 Ja, das stimmt. Da wird so, ne? Haben wir mehr und so laut, ehrlich. Naja. Also, aber die werden jetzt auch ohne Mais mehr zusammen. So. Ja, das sind so unsere Shopping-Touren, ne? Weil wir fahren ja auch wirklich nicht jeden Tag in die Stadt runter. Das können wir gar nicht machen. Das ist immer, tja, eine Stunde hast du runter, eine Stunde hast du hoch. Das ist weg, ne? 50 Kilometer, eine, eine Tour. Dann kannst du ja hier auch noch nicht fahren. Dann kannst du ja nur... Dann fahren sie hier 60, 70 da. Dann kannst du dich überholen. Jetzt kannst du dich überholen. Jetzt kannst du dich überholen. Hier in dem, in dem Wald, ne? Da holen sie es raus dann da. Ja, ist so eine Strecke, weißt du hier, da kannst du nur hoffen, dass du Glück hast, dass du mal fahren kannst. Wenn du gepächt hast, kannst du dich überholen. Dann zocken sie hinterher ein, boah, ich weiß, der fährt 60, 70 da. Dann kannst du hier noch... Ja. Dann fangen wir jetzt für Uhrzeit. Drei Uhr haben wir jetzt. Hier war heute früh los, ne? Halb neun, früh los heute schon. Halb neun, waren wir los. Haben alles gut geschafft, ohne groß, groß warten. Essen heute auch schnell, ne? Zucker. Wenn wir hier bei dem Apples-Restaurant hingehen, der ist natürlich lecker. So. Aber erst mal, jetzt kocht der mehr und du brauchst viel Zeit da, ne? Weil der kocht ja alles dann frisch. Und dann brauchst du also da wesentlich länger, bis du da mal fertig bist, ne? Also da kannst du mal locker eine Stunde einrechnen, ne? Aber ganz locker. Mitbestellen, kochen, essen. Ja, okay. Du musst ja auch ein bisschen länger essen, jetzt ein bisschen mehr. Dann darfst du eine Stunde aber locker wechseln. Und mit so einer Straßenküche. Auch da schon 10 Minuten weg, schlubbert er da, ne? Kommt sofort, ne? Das Essen. Hier mag ich nicht gern überholen. Ich habe nun das Auto da jetzt gesehen, aber das ist leider doch keine Polizei. Weil hier stehen sie ja immer zum Kontrollieren. Was heißt immer, also jetzt, letzte Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr, ne? Sind wir schon wirklich einiger? Ja, ja, ja. Einiger? Einiger? Ja. Ja, ja. Wir sind jetzt schon einige Male jetzt wieder hier langgefahren und keine Polizei. Ja, ja. Das war aber hier der Stammplatz, ne? Geh nicht mehr. Geh nicht mehr. Oder jetzt, weil sie schon so viele Male hier gestanden haben und jeder weiß, wie steht sie. Das wohnt nicht mehr, ne? Das ist ein Powerplatz. Normalerweise hier. Normalerweise hier. Ja, normalerweise. Na gut. Dann können wir den Yann überholen hier. Gut, komm mal. Wir haben auch Lauterräder. Ja, ja, ja. Ich sehe das. Möchtest du fragen, mein Schatz? Ja, ich glaube, was du hast Nika sehen. Ach, Delac. Ja, ja, ja. Meine Security. Ja, irgendwie ein Luchs. Ja, ja, ja. Wussten sie das schon? Nein. Nicht normal. Nein. So. Schöne Farbe. Die ist auch nicht original. Pink. Die ist auch nicht original. Und die Daimler. Die war nicht original. Die war nicht original. So. Hier ist was gemalt. Und hier dort auf die Straße. Guck dir mal den an. Und das gemalt hier. Schön. Und das schön gemalt. Was macht der See? Trocken. Trocken. Keine Weisheit. Ah, kommt doch. Kommt doch, sagt sie. Das Wasser. So, Jungs. Ne, wir haben... Aha, Paket noch machen. Ah, Paket. Oh. Ganz wichtig, sagt meine Frau. Da müssen wir noch warten. Nein. Ja. Was macht der denn hier? Shopping. Was ist das? Geil. Hast du das gesehen? Nein. Grün vom... in Kampöme. Oder? War das der grüne Porsche? Ja. War das der grüne Porsche? Der stand in Kampöme bei dem Händler. Oh, das ist der Händler selber, der jetzt mit dem... mit dem Porsche selber. Weil er den hier nicht verkauft hat. Ich weiß ja nicht. Ey. Boah. Das wäre doch unser Auto, oder? Ja, ja, ja. Also jetzt hätten Sie sagen müssen, nein. Das ist ein scheiß Auto. Der hat keinen Kofferraum. Hallo. Grün, mein Liebling. Grün. Grün ist eine Lieblingsfarbe. Ja. Und Grau. Also ich hätte... Ich hätte lieber wohnen. Na, you ain't sure. Grün? Nee. Also, nee. Aber das jetzt sagen müssen. Ach, so ein Auto ist doch nichts für uns. Der hat keinen Kofferraum. So. Na? Aber nur fahren. Champignon kaufen. Geht doch. Brötchen kaufen. Ja. Das wäre... Das könnte man machen mit dem Wagen. Dass man den Wagen nur nimmt, um nach Robinson zu fahren. Ja, ja, ja. Grot kaufen. Ha, 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 ha. Das wäre was. Ja, Herr Linke. Aber ich glaube, dann würden unsere Abonnenten sagen, jetzt ist er total bekloppt geworden. Ha, 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 ha. Das wäre was. Das wäre was. Oh, Porsche hier. Ha, 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 ha. Ach, Gott, ja. Nee, also die Wagen sind ganz schön teuer hier, ne? Da hat er zahl ich heute dran. Da kommt doch ein ordentlicher Zuschlag drauf hier. Und da spielt das alte Augen an. Wenig. Ist keine Rolle hier. Du hast richtig Geld hin. Ja, und... Nein, nein, da haben wir kein Geld wie so ein Blödsinn hier. Wir müssen vergessen. Paket holen. Ja, Paket holen. Ich weiß schon, mein Schatz. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ja. Wo machen wir auf? Hier oder zu Hause? Zu Hause. Ah, ich bin so aufgeregt, mein Schatz. Ich kann nicht ohne. Oh. Oh. Oh, mein Bruder. Oh, mein Bruder. So ein großes Paket. Okay. Ich bin so aufgeregt, mein Schatz. Nein, 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 nein. Zu Hause. Okay. Da weht die Fahne. Und die Teilfahne. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was mag da wo drin sein? Schön eingepackt. Er macht hier schon Security. Drogenhund. Ding. Wo ist denn das? Ah, ah. Hier. Geweihfahren. Zehn Watt. Einer. Wie viel Stück? Zehn Stück. Zehn Stück. Zehn Stück. Zehn Stück. Also 100 Watt. Mit Versand oder ohne? Ohne. Was kostet Versand? Hassig Watt. Hassig Watt. Hassig Watt. Hassig Watt. Für Zehn. Geweihfahren. Ui. Wie hier zwei Stücke. Das sind sowas schöne. Ehrlich. Ja, ja. Das sind sowas schöne da. Zwei Stück. Ja, ja. Zwei Stück. Guck mal hier. Da, da. Das ist ein schöner. Das ist ein schöner du. Echt? Du hast es gut gekauft mein Schatz. Wo sollen die alle hin? Stecke, stecke da. Vorne nach hinten. Stecke da, stecke hier. Stecke hier, stecke da. Also praktischerweise. Praktischerweise. Wir haben schon einige hier. Wir haben schon einige hier. Oh, bitte gegen die Sonne. So. So, so. So was da, ne? Ja. Die, die kleine. Aber die brauchen alle Schatten, ne? Also so in der Sonne ist das nichts, ne? Wieder auch so. Na ja, ich hab einige. Ich weiß schon. Das sind meine Lieblinge hier. Ich mag die schon wirklich gern. Wenn die so richtig so schön groß werden, das ist jetzt alles neu gekommen. Weißt du? Das grüne da, das helle da, ne? Jetzt in der Regenzeit. Da kommen die jetzt, ne? So. Aber im Sommer bei 40 Grad. Da musst du die jeden Tag gießen. Sonst, ja sterben nicht. Die kommen wieder dann, ne? Die kommen wieder. Aber sieht halt dann wirklich dann tot aus, ne? So. 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 So sehen die ja noch aus, ne? So sehen die ja noch aus, ne? So. Ja. Schöne Pflanzen. Schön. So. Jetzt. Abladen bitte. Da kommt der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. So. Ausladen. Aber ich muss sagen, wir machen erstmal Absage, wa? Ja. Wir machen erstmal Absage hier. Vor wir hier am Knoin sind. Knoin. Von kann ich warten. Die muss erstmal abladen. Abladen bitte. Ja. Können wir auch so machen. Von. Du musst abladen, ich mach Aufnahme. Ja. Nein, das machen wir nicht. Halleluja. Ja. Der Hund hätte gesagt, kaufen für. Kaufen für Hamm Hoch. Ja. Äh. Die 20-Batt waren sogar noch leckerer, wie die mit dem. 30-Batt. Aber egal. Wir haben mit Telefonnummer aufgeschrieben von dem Händler da. Können wir dann da auch mal da abholen dann. Jezele. Ich habe die Vermutung, das wird ein langes Video heute. Ich glaube, das ist über eine Stunde, ne? Aber, äh. Es wurde ja gewünscht und vielfach wird das ja auch verlangt. Uwe, mach mal ein langes Video. Ich glaube, heute wird ein besonders langes Video. Wenn euch sowas gefällt, dann äh. Schreibt mir das in den Kommentaren, wie das aussieht hier mit, mit mal so lange, ähm, Videos. Und, äh. Das können wir wohl ab und an sowas machen. Das ist natürlich nicht jeden Tag, dass wir da sowas machen können. Aber so vielleicht sonntags mal, ne? Dass wir da so einen abendfüllenden Spielfilm da so raushauen können. Ich könnte euch noch anbieten, wenn wir jetzt im Juli nach Pattaya fahren. So neun Stunden live. Neun Stunden live von Sakuna Korn bis nach Pattaya Autofahren. Ne, ne? Ich glaube, da können wir liegen mal. Das wäre, glaube ich, nichts, oder? Na ja gut, egal. Also, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Wir werden jetzt ausladen hier. Immer noch denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssi. Und tschüssi. Ciao. Ich kann nicht sagen, hallo, bye, bye. Das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. Das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. Das ist jetzt vorbei. Du kannst jetzt tschüss sagen. Tschüss. Den habe ich vorhin schon beim Makro. auf der Ladefläche gesehen. Und der kam wahrscheinlich von uns zu Hause bis nach Sakuna Korn. Und jetzt wieder zurück. So, jetzt bist du aber dran. Jetzt kommt die Rechnung. Das sage ich dir. Hier, hier. Den möchte man immer zurück sagen. Einmal Sakuna Korn. Ella! Hier. Hier ist er. Ella, hier. Hier. Hier, da ist er. Da, da, da. Da, ja. Genau. Ne, hier. Hier ist er, hier. Hier. Ja. Du bist auch der Heldste hier. Hallo. Hallo. Hier ist er. Hier. Hier. Da. Hier. 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 Da hin. Ja, genau. Lauf da. Da lang. Da lang. Da lang. Genau. Da suchen. Richtig. Hier. 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 Hier.